Habt ihr euch auch schon mal gefühlt wie der letzte Dreck? Verlassen, verarscht, beschissen. Meine innere Stimme sagt mir ja dann immer, dass es mir schon viel besser ginge, wenn der andere sich auch nur einen Moment genauso scheiße fühlen würde wie ich. Wie großartig, dass für das Urbedürfnis Rache es jetzt einen serviceorientierten Online-Shop gibt. Unser Liebling. Für die kleine Rache hat diese Seite eine Lösung. Schenk scheiße, EU verschenkt scheiße. Das Ganze ist hübsch verpackt und als Geschenk getarnt. Doch mit welcher Kacke rächt es sich am besten? Der Anbieter hat sich auf die Königin der Haufen spezialisiert. Elefantenkacke. Und garantiert sogar, ja wirklich, 100% Bio-Elefantenscheiße. Sogar eine Geld-zurück-Garantie gibt's. Zwei- bis dreimal die Woche wird geerntet und noch warm verpackt. Da freut sich dann der Ex-Freund oder das Geburtstagskind. Wem 16 Euro für Kacke zu viel ist, der kann sie auch selber machen.